Freitagnachmittag bei den heftigen Unwettern, da gab es ja schon wieder einen neuen Tornado-Verdachtsfall rund um Regensburg in Bayern. Und das könnte jetzt in den nächsten Tagen häufiger der Fall sein, denn es ist eine gefährliche Wettermischung unterwegs. Eine Luftmassengrenze mit kräftigen Unwettern liegt einmal bei uns hier über Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zum Wetterkompakt am heutigen Sonntag. Wir steigen direkt ein mit der Großwetterlagenkarte vom heutigen Sonntag. Und da sehen wir auch schon die Kaltfront von Tiefrebekka. Die liegt quasi heute Mittag einmal vor unserer Haustür und die wird uns zum Abend erreichen und dann in der Nacht zum Montag über uns hinwegziehen. Besonders über den Westen, da geht es zum Teil dann auch ordentlich zur Sache und das Hochfrido ist langsam auf dem Rückzug. Der Blick auf den heutigen Sonntag, der ist insgesamt erstmal relativ entspannt nach Osten hin. Auch nochmal sehr heiß hier im Nordosten und Osten 31 bis 32 Grad, auch im Norden sehr warm. Aber im Westen, da brodelt es schon heute Vormittag. Da gibt es viele Wolken, vor allem in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Stellenweise erste Schauer und dann auch zum Abend die ersten Gewitter. Aber besonders heftig wird es dann werden in der Nacht auf Montag. Schauen wir noch kurz in den Süden hinein. Auch der ist heute insgesamt relativ entspannt. Anfangs Temperaturen 27 bis 32 Grad. Ab und zu scheint die Sonne. Die kommende Nacht, die hat es dann wie gesagt in sich, im gesamten Westen, von der Nordseeküste über Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, teilweise Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland bis nach Baden-Württemberg. Da gibt es zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Und vor allem ein Starkregengebiet drückt sich da rein. Da können auch mal 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit fallen. Lokal können kleine Bäche über die Ufer treten. Unbedingt aufpassen, da können auch mal Keller volllaufen. So richtig nach Osten kommt das Ganze aber nicht voran. Im äußersten Osten bleibt es eine sehr schwül warme Nacht mit Temperaturen um 20 Grad. Sonst gehen die Temperaturen auf 18 bis 13 Grad zurück. Wie geht es danach in der neuen Wetterwoche weiter? Nun der Montag immer noch sehr durchwachsen. In der Mitte und im Süden weitere Schauer und Gewitter bis zu 35 Grad. Hier im Osten vielleicht auch 36 Grad. Und mittendrin im Übergang der sehr heißen Luftmassen und kühlen Luftmassen aus Westen gibt es eben immer wieder die kräftigen Schauer und Gewitter. Im äußersten Westen teilweise nur 16 bis 18 Grad. Der Dienstag bringt eine kurze Wetterberuhigung, 19 bis 29 Grad. Und auch der Mittwoch bringt meist entspanntes Sommerwetter. Ein Zwischenhoch kann sich durchsetzen bei 23 bis 31 Grad. Scheint immer wieder die Sonne. Aber danach geht es ordentlich los. Es brodelt. Schon wieder kommen warme Luftmassen hier im Osten an. Kühlere Luftmassen hier im Westen. Am Donnerstag neue, neue zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Mit großem Unwetterpotenzial durch Starkregen, Hagel, Sturmböen. Auch die Gefahr für Tornados ist wieder gegeben. Genauso am Freitag. 35 Grad im Osten, 19 bis 24 Grad im Westen. Und mittendrin, da knallt es in dieser sehr schwülen Luftmasse. Und der Samstag insgesamt dann wahrscheinlich wieder freundlicher bei 22 bis 29 Grad. Wir schauen auf die Wetterlage in der kommenden Nacht. Wie gesagt, kräftiger Regen hier in der Westhälfte. Der zieht zum Montagmorgen langsam weiter in den Nordwesten des Landes. Auch hier dann Richtung Nordseeküste. Zum Teil einzelne heftige Schauer und Gewitter. Noch kurz der Blick auf die Ensembleprognose bis zum 11. Juni. Für den Norden hier die 2 Meter Temperatur. Es wird ein bisschen kühler zum Wochenstart. Und dann kommt die neue Wärme an. Und immer wieder sind Schauer und Gewitter mit dabei. Der Blick nach Westdeutschland hier auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Da kommt der nächste Wärmeberg in der nächsten Woche. Immer wieder ein Hin und Her, mal ein Wärmeberg, mal Kühlluftmassen. Und mittendrin einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Relativ ähnlich das Ganze im Osten. Da haben wir aktuell einen Wärmeberg. Dann geht es mal kurz runter in den nächsten Tagen. Und dann kommt die nächste Warmluft von Nordafrika im Osten des Landes an. Mittendrin immer wieder einzelne heftige Schauer und Gewitter. Wir blicken nach Süddeutschland. Auch hier das Ganze relativ ähnlich. Der erste Wärmeberg zieht durch. Dann kommt der zweite Wärmeberg nächste Woche. Und dazu immer wieder zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Es wird also nächste Woche sehr, sehr brenzlig werden bei uns in Deutschland. Das war es vom Wetter. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Und dann kommt die nächste Woche wieder.